Und ein Moinzen zu diesem Talk vorm Spiel VfB gegen Frankfurt und ich habe es euch ja schon so leicht angekündigt im Spielfazit von Bergamo, dass wir hier eine OG-Runde an den Start bringen und wenn es darum geht, Frankfurt, dann ist natürlich Benni am Start. Hi! Hi! War nicht so ganz zufrieden oder auch privat ein bisschen geschrieben, war nicht so ganz zufrieden, weil eigentlich mehr im Kader drinsteckte, als dann rauskam. Letztes Jahr, klar, war jetzt keine schlechte Saison, man war immer noch in der Europa-League-Qualifikation am Ende des Tages und spielt Europa League jetzt, aber das ist ja trotzdem nochmal ein anderer Fußball, trotz gleichem Trainer, trotz quasi auf der Position keiner Veränderung. Wie kam es jetzt, dass sich so ein Shootingstar-Saisonstart hinlegt? Da gibt es mehrere Faktoren, glaube ich. Also ich glaube, man hat im Sommer schon ein bisschen auf die Kritik, die es im letzten Jahr auch berechtigterweise gab, ist man eingegangen. Man hat Veränderungen im Trainerstab vorgenommen. Man hat natürlich neue Spieler verpflichtet und der Kader ist deutlich breiter als im letzten Jahr. Man hat auch die Spielweise angepasst. Also im letzten Jahr war es sehr viel Ballbesitzlastig, langweiliges Rumgeschiebe und das fanden unsere Fans überhaupt nicht gut. Also bei uns musste so ein bisschen Gas geben nach vorne und das macht man jetzt wieder. Also mehr Konterfußball, schnell nach vorne. Das ist das, was die Fans sehen wollen und was auch mehr Erfolg bringt momentan. Ja, jetzt habt ihr ja glaube ich einen der Top 3 besten Saisonstarts oder so hingelegt. Das hatten wir ja auch so ein bisschen. Also 100% kann man es ja nicht vergleichen. Ihr kommt aus Europa League und da ist schon ein bisschen Grundgerüst da. Bei uns kam es aus der Relegationssaison auf einmal in die Champions League nochmal eine andere Nummer, sage ich mal, doof gesagt. Aber auch so ein bisschen dieses Shootingstar-Ding ist ja schon da. Der Saisonstart ist extrem stark. Da war ja auch bei uns schon recht früh die Frage, jetzt sind wir an Spieltag 10 glaube ich, 9, 10. Glaubst du oder wie sehr bleibt es bei euch? Also wie viel Nachdruck ist da drin? Könnte es durchziehen die 34 Spieltage oder freut man sich einfach gerade, dass es gerade so gut läuft und guckt dann halt mal, was am Ende dann rausspringt? Ich glaube es ist schon nachhaltig. Ob es komplett nachhaltig ist, wird man sehen. Kommt natürlich darauf an, auch die Belastungssteuerung. Jetzt hat man ja, man ist noch im Pokal, man ist noch in der Europa League, also diese Dreifachbelastung immer noch und muss halt sehen, wie man jetzt damit klarkommt. Aber wir haben durch die Kaderbreite halt viel mehr Möglichkeiten auch zu rotieren als im letzten Jahr. Und ja, wir haben auch Spieler, die noch in der Hinterhand sind, so wie Can Usun, die sich noch entwickeln können, die noch mehr reinfinden können. Also man hat Grund, optimistisch zu sein. Ja, der Kader steht sehr, sehr gut da. Eine Frage, die ich gerade so zufällig habe, wie sieht es bei euch auf der Torwartposition aus? Ich habe nur mitbekommen, dass der zweite Keeper, jüngere Keeper, extrem stark war eine Zeit lang. Jetzt ist glaube ich doch Trab wieder zurück. Was war da und auf wen würdest du setzen in der Hütte? Das ist eine schwierige Frage, weil, also Kawa Santos hat halt sehr gute Leistungen gebracht, aber er ist halt noch jung und man kann auch sagen, ja, man gibt ihm jetzt noch ein bisschen Zeit und man muss halt sagen, Trab ist unser Kapitän und den kannst du halt nicht mal so einfach sagen, ja, sorry Trab, jetzt besitzt du auf der Bank, jetzt spielt Kawa Santos. Da würdest du auch so ein bisschen das interne Mannschaftsgefüge beschädigen, glaube ich. Und deswegen ist es schon richtig, dass man jetzt weiterhin auf Trab setzt. Er ist ja kein schlechter Torwart. Er ist halt vielleicht kein sehr moderner Torwart, weil er sehr auf der Linie klebt und mit dem Ball nicht so gut umgehen kann, was bei moderneren Torwarten eher so an die Anforderung ist, was Kawa Santos halt gut macht. Aber Trab ist trotzdem noch ein guter Torwart und ich denke, es ist richtig, dass man diese Saison auf Trab setzt. Gab es bei euch dann auch schon, du hast angesprochen, Dreifachbelastung, haben wir ja tatsächlich, faszinierenderweise haben wir beide Vereine hier in diesem Talk, Dreifachbelastung, europäische Wettbewerbe, wird da viel rotiert oder habt ihr da auch schon doch eine Achse, die quasi auch, wie bei uns in Stiller und so Geschichten, die quasi durchziehen müssen? Es wird schon sehr viel rotiert. Also zum Beispiel jetzt bei der Europa-League-Spiel diese Woche hat Ekiteke auf der Bank gesessen. Der wurde dann später eingesetzt als Joker, aber man wechselt da schon durch, um halt immer so ein bisschen die Frische zu beachten, dass man bei einzelnen Spielern darauf achtet, dass sie sich nicht überspielen. Zum Beispiel bei Mamouche, da wollte man halt jetzt nicht, dass der 90 Minuten durchspielt, der hat man nach 70 Minuten ausgewechselt, auch wenn er vielleicht selber gerne weitergespielt hätte. Ja, ich glaube, dann bleibt man gleich mal bei Mamouche, weil das ist ja auch der absolute Vollwahnsinn, was er da abliefert. Ich glaube, zweitbester Torschütze, bester Vorlagengeber in Sprints und sonst was, überall Top-4, Top-5-Werte in der Liga. Wie kam das? Weil wir kennen ja Mamouche auch noch, der war auch bei uns schon immer einer, wo du, gut, waren auch ein bisschen schlechtere Phasen, Abschiedskampfphasen, da war es einer, wo du gesehen hast, der will wenigstens mal, das war so ein bisschen Lichtblick, aber halt ohne so richtig diesen kompletten Output, so richtig die Tore, die Vorlagen und sowas. Oder bei uns schon eins, ich glaube, mindestens ein schönes Freistusstor erzielt man im wichtigen Spiel, aber bei euch blüht er ja komplett auf. Ich glaube, es lag daran, dass er letzte Saison schon in diese Rolle gedrängt wurde als Mittelstürmer, obwohl er eigentlich eher so ein Halbstürmer vorher war vielleicht. Und er sich deutlich darauf konzentriert hat, seinen Abschluss zu verbessern und ja, diese Saison ist halt nochmal deutlich stärker und ich glaube, es liegt auch daran, dass er halt neben sich Eki Tike hat, der ihm halt viel den Rücken frei hält, sich gegenseitig die Bälle auflegen und so. Und das ist halt ein geniales Sturm-Duo, wo Mamouche halt seine Stärken voll jetzt ausspielen kann. Und wie gesagt, der Abschluss ist halt deutlich besser geworden, als er früher war. Ja, ich glaube auch irgendwie um drei, vier Tore quasi mehr erzielt, als zu erwarten war. Also auch wirklich ein paar Traumtore geschossen. Donnerstag, das Freistoßtor war ja auch wieder der planke Wahnsinn. Und wirklich ein sehr interessanter Mann ist da direkt schon. Das war bei uns ja letzten Winter genau das Gleiche mit Gerasi und wem auch immer. Ist da die Angst schon da, dass da vielleicht im Winter irgendein Verein kommt und gut Kohle hinlegt? Oder ist das eher die Angst vor frühestens nächsten Sommer? Ich glaube, da muss man keine Angst haben. Er hat ja noch Vertrag bis 2026 und da kann die Eintracht ganz entspannt sagen, ja, nö. Und das ist unser bester Spieler, den geben wir jetzt nicht im Winter ab. Und im Sommer würde, denke ich, auf jeden Fall gehen. Da wird dann Liverpool oder die Bayern oder wer auch immer anklopfen. Aber dann halt auch für einen ordentlichen Geldbetrag. Ich glaube, er hat keine Ausstiegsklausel. Und ja, so lange wird er auf jeden Fall noch bleiben. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, also da muss man ja auch euch Frankfurt schon seit Jahren echt Lob aussprechen. Was gerade im Sturm die Personalien angeht. Ein Moani geholt für, glaube ich, ablösefrei. Damals, glaube ich, wird auch vielleicht ein bisschen Handgeld geflossen sein, logischerweise. Aber dann für, was weiß ich, 90 wieder verkauft und der floppt bei PSG rein. EGTK war ja auch für verhältnismäßig angemessenes Geld gekommen. Mamouche war auch ablösefrei aus Wolfsburg. Und das ist wieder einer, wo du im Sommer dann eben nicht wie letzten Sommer wahrscheinlich über 15, 20 Millionen zu, was weiß ich, Nottingham Forest redest, sondern eben, wie du sagst, zu Bayern, Liverpool, 60 Millionen drüber, keine Ahnung. Also das ist schon echt brutal, was ihr da macht. Da habt ihr wohl die richtigen Männer in der richtigen Position. Ja, also Kröscher, ich habe ihn in der Vergangenheit öfters kritisiert. Aber diese Saison hat er den Kader wirklich gut zusammengestellt, hat ihn gut austariert. Auch mit jungen Spielern, aber noch ein paar erfahrene dazwischen. Und ja, es funktioniert einfach und wir haben eine gute Pipeline. Auch wenn wir jetzt, sagen wir, wir verkaufen Mamouche nächsten Sommer, dann hat man Spiele wie Usun in der Hinterhand, die sich entwickeln können. Und das läuft einfach, ja. Ja, und wo es ja auch immer läuft bei euch, ist die Europa League, wissen wir noch. Dürfte ich damals auch dabei sein, netterweise, in eurem Public Viewing, als ihr das Finale gewonnen habt. Und jetzt auch gerade steht wieder brutal gut da. Wir haben, glaube ich, vorhin drauf geschaut, glaube ich, zehn Punkte schon. Also die Zwischenphase dürfte recht sicher sein. Top 8, auch in greifbarer Nähe. Kann man sich da auch schon, auch eben im Blick auf die ganze Konkurrenz, die da so kommt, glaube ich, auch sogar international gesehen, haben euch da viele als im weiteren Kreis der Mitfavoriten, sage ich mal. Aber wie viel Hoffnung ist wieder auf so einen richtig geilen Euroleague-Run bei euch? Ich glaube, die Hoffnung ist groß, dass man aus der Saison mit einem Titel rausgehen könnte. Weil man hat so das Gefühl, diese Mannschaft hat so das gewisse Etwas. Und man hat ja zum Beispiel auch gesehen, gegen Gladbach jetzt im Pokal, auch in so schwierigen K.O.-Spielen, wo man dann 75 Minuten lang im Unterzahl ist, da kann man richtig trotzdem noch was rausholen. Die Mannschaft hat den Kampfgeist dafür und das, was in K.O.-Wettbewerben ja zählt. Und ich glaube, da sind alle sehr, sehr hoffnungsfroh, dass, wenn ich in der Europa liege, vielleicht ein Pokal. Aber natürlich, die Europa League wäre wieder ein Traum. Das ist natürlich, muss man erst mal schauen, dass man jetzt weiterhin es schafft. Aber momentan sieht es ganz gut aus. Wenn es in der Liga so weitergeht, dann bräuchte man möglicherweise auch gar nicht die Europa League wie damals, um in die Champions League zu gelangen. Aber es ist natürlich noch ein bisschen weiter Weg, bis die 34 Spieler durch sind. Wir haben es ja auch schon erleben dürfen. Es war natürlich noch länger her, aber wir sind ja auch im Halbfinale mal an euch gescheitert im Pokal. Also Frankfurt ist durchaus eine Pokalmannschaft. Ob es DFB-Pokal ist, Europa League ist, das ist schon brutal. Was glaubst du, was ist so die Konkurrenz vielleicht für euch oben, wenn wir gerade jetzt über vielleicht Platz 4, Platz 3, eben Champions League, Euro League reden? Siehst du da irgendwen richtig als Gefahr? Als habt ihr gegen Bayern sogar noch gepunktet am Ende, eben wieder mal musch, eiskalt und vielleicht von Spielanteilen leicht glücklich, aber eben auch nicht unverdient, weil man eben drangeblieben ist? Topspiele liegen euch auch hier und da? Oder siehst du trotzdem noch ein paar Klubs, die vielleicht zu viele Klubs sind, um in diese Top 4 reinzukommen? Oder hast du da doch schon Hoffnung? Also die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Ich glaube, realistisch ist Platz 4 bis 6, Platz 3 bis 1 ist unrealistisch auf lange Sicht, aber den vierten Platz könnte man vielleicht schon erreichen. Man muss halt gucken, dass man einen wie Dortmund oder so hinter sich lassen kann. Der VfB Stuttgart ist ein Konkurrent, den ich auf jeden Fall auch sehen würde. Also auch wenn ihr jetzt nicht den perfekten Saisonstart hattet, aber da würde ich auch sagen, ja, auf lange Sicht werdet ihr trotzdem wieder zumindest auf die Europa-League-Plätze schauen können. Und ja, mal gucken. Es ist sicherlich eine Saison, wo es möglich sein könnte. Ja, das ist eben auch der interessante Blick, wie zum Beispiel ein Freiburg da oben bleibt, wie ein Union da oben bleibt, gerade Platz 4, Platz 7. Da traue ich es euch ehrlicherweise noch mehr zu, als zum Beispiel Union da auf Dauer oben zu bleiben. Falken muss so gucken. Das wäre auch natürlich eine Sensation-Story jetzt unter dem neuen Trainer Schuster nach Jahrhundertenstreich. Wir hängen da so ein bisschen noch unten mit dran. Leverkusen auf der 5, gerade Dortmund auf der 6, ihr auf der 3. Also das wird, glaube ich, schon interessant. Leipzig-Bayern oben so ein bisschen, in Anführungszeichen, außer Konkurrenz. Vielleicht vor allem die Bayern außer Konkurrenz. Wobei er auch da, wie gesagt, sehr, sehr starken Punkt mitgenommen hat zu Hause gegen die Bayern. Bin gespannt, was da so geht. Und er erfüllt halt auch diese ganzen Pflichtaufgaben. Also wir haben es auch irgendwann nach Lernenspielpause recht schnell schon das Heimspiel gegen Bochum, dass du eben gewinnen solltest. Selbst wenn es nur, in Anführungszeichen, nur auf diese Art und Weise ist, wie wir zum Beispiel Kiel geschlagen haben, so ein 2 zu 1. Da geht er halt auch mal hin und schrubbt da halt 7 zu 2 drüber zu Hause. Also es ist halt schon echt eine brutale Qualität. Ja, auf jeden Fall. Also die Mannschaft ist stark. Die Mannschaft hat mehr Tiefe als letztes Jahr. Und deswegen bin ich auch optimistischer, was unser Spiel jetzt gegen euch angeht. Ja, bevor ich dir gleich, bevor wir natürlich gleich noch zum Spiel kommen und dir wieder einen Ergebnistipp aus dem Kopf rausziehe, vielleicht auch deinen Blickstor auf den VfB. Das hast du schon angesprochen. Wie blickt ihr auf den VfB? Weil wir wissen ja ganz klar, da kommt ein Top-Team. Das ist ein Top-Spiel. Das wird eine geile Stimmungssonntag, das ganze Paket. Und ich habe schon Richtung Tipp vielleicht gedacht, mit einem Punkt darfst du gegen Frankfurt gerade auch, wenn es ein Heimspiel ist, auch sehr zufrieden sein. Da kommt einfach gerade ein Team, das noch besser in Stimmung ist, das gerade ein Bomben-Sersort hat. Du hast es angesprochen, einen Bomben-Kader hat. Jemanden da vorne hat, der immer trifft. Oder vielleicht sogar eher zwei, die immer treffen. Aber wie blickt man so auf den VfB? Also wie seht ihr eure Chancen für den Sonntag? Also ich glaube, wenn ich es jetzt so mit der letzten Saison vergleiche, im letzten Jahr war es so, da haben die Eintracht-Fans eher so mit Neid so ein bisschen auf den VfB geschaut. So, ey, bei denen läuft es auf einmal so gut. Und die kommen jetzt über die Liga in die Champions League. Und ihr habt uns ja auch zweimal letzte Saison, muss ich sagen, verdient geschlagen in der Liga. Und ich glaube, diese Saison ist es halt so ein bisschen, dass der VfB halt merkt, okay, jetzt sind wir in der Champions League, jetzt haben wir die Dreifach-Belastung. Da muss man halt auch erstmal schauen. Wir haben wichtige Spieler verloren mit, ich würde sagen, vor allen Dingen Ito und Gerasi sind so die Spieler, die ich bei euch als größte Verluste sehe im Vergleich zur letzten Saison. Und ja, ich glaube, ihr seid nicht mehr ganz so stark wie letzte Saison, aber trotzdem eine Mannschaft, die man auf keinen Fall unterschätzen sollte. Ihr habt immer noch einen sehr guten Trainer mit einem klaren Plan. Und ja, das wird auf jeden Fall ein sehr spannendes Aufeinandertreffen. Ja, gehe ich sehr mit. Bei uns gibt es ja auch hier und da mal die Schüsse nach oben und Schüsse nach unten, was jetzt irgendwie die Mannschaftsbewertung angeht. Aber das ist, glaube ich, ein ganz normaler Saisonstart für das erste Mal Champions League seit 14 Jahren, Dreifach-Belastung. Es waren brutale Spiele dabei wie Dortmund. Es war Juventus dabei, der Auswärtssieg war extrem beeindruckend. Aber halt auch so ein paar Spiele, wo es halt ein bisschen schwerer angelaufen ist. Du hast angesprochen, ihr habt es ja da vorne quasi, ne? So ein bisschen das Unafgirazid-Ding fehlt. Habt ihr so ein bisschen, Mamush, Ekkitike? Bei uns hat es noch nicht so ganz eingecroovt da vorne. Demirovic, jetzt kommt ein Bilal Touré mal mit dazu und sowas. Aber gehe ich schon mit bei der Bewertung. Und wie gesagt, in Heimspielen hoffen wir logischerweise immer. Gerade in Topspielen auch. Dortmund war ein Topspiel. Klar, Bergamo hat es verloren, aber das war nochmal der Ticken drüber. Habe ich auch schon drüber gesprochen. Letztes Jahr ist er angesprochen, auswärts dann knapp gewonnen, glaube ich, mit 2 zu 1 am Ende. War ja auch ein bisschen ein besonderes Spiel. Aber gerade das Rückspiel eben, dieses 3-0 zu Hause, ich glaube, war auf den Samstagabend. Das war schon ziemlich beeindruckend. Ich glaube, so einfach oder so eindeutig wird es am Sonntag in keiner Welt werden. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf auf das Spiel. Und entlock dir noch deinen Ergebnistipp für Sonntagabend. Ich sage, die Eintracht gewinnt 2 zu 1. Verstehe ich, verstehe ich. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich war lange auf dem 2 zu 2. Ich hatte lange 2 zu 2 stehen in den Tipp-Apps. Aber da du halt ein Heimspiel hast, jetzt natürlich danach auch Länderspielpause, danach kommt bei uns so ein bisschen eher die Phase, wo du punkten darfst. Dann kommen Bochum, Heidenheim auswärts, Mainz, was weiß ich nicht alles. Da kommen eher die Gegner, wo du punkten solltest und auch punkten darfst, damit du eben nicht weiter abfällst als hier 7, 8 oder sowas. Weil dann fangen vielleicht wirklich noch mal ein paar mehr Leute an, zu überlegen, wo enden wir diese Saison. Wo man auch da wieder sagen muss, du wirst hier nochmal Zweiter, passiert nicht. Europa ist auf jeden Fall drin mit dem Kader. Aber wenn es am Ende des Tages Platz 9 wäre, würde die Welt hier auch nicht untergehen. Aber deswegen gehe ich am Ende des Tages dann doch noch auf einen 3 zu 2-Tipp. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel am Sonntag, weil das ist halt echt Bundesliga pur. Das sind 60.000, das ist ausverkauft. Frankfurt bringt immer absolut endgeile Fans mit. So ein bisschen Rivalität ist da. So ein bisschen diese gegenseitigen Faggelsänge sind da. Ich glaube, ihr habt ja auch noch, habt ihr die Fan-Fundschaft mit Karlsruhe? Oder bin ich da gerade, verpaße ich da gerade was? Nee, Karlsruher sind auch, eigentlich das ist auch eher eine Feindschaft. Also das haben wir gemeinsam. Okay, dann verpaße ich das gerade. Irgendwie war da was. Ich glaube, man hat halt so eine gewisse Rivalität, weil es halt beides große Traditionsklubs sind, die schon lange in der Bundesliga spielen. Und ja, da ist halt so ein gewisses Feuer immer mit drin. Ja, und es gab es auch schon am Mittwochabend. Da gab es schon die ersten 2-3 Gesänge, weil Bergamo und Frankfurt das sehr richtig sind befreundet. Und ich glaube, auch beide habe ich auch gelesen, dass die Partie quasi ist die, wo die beiden Mannschaften jeweils am liebsten treffen. Also wir treffen in Bundesliga-Historia am liebsten gegen euch und ihr auch am liebsten gegen uns. Also ich glaube, die Torgarantie ist ausgesprochen. Hatten wir auch vor Leverkusen gedacht, als ich da hochgefahren bin, dann gab es ein 0-0. Aber ich glaube, am Sonntag können wir fest davon ausgehen und haben ja auch beide auf Tore getippt. Und das wird ein sehr geiles Spiel auf Sonntag 17.30. Und ja, sind wir angekommen. Ihr wie immer gerne eure Tipps runter in die Kommentare, was ihr glaubt zum Spiel. Gerne auch ein paar nette Worte hier zu diesem geilen Duo, was wir wieder ran geschafft haben hier, die OG-Besetzung für Stuttgart-Frankfurt. Und dir vielen Dank, dass du am Start warst. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, Sonntag dann das Spiel gegen Frankfurt. Die Videos dazu, keine Ahnung, Montag, Dienstag, irgendwann den Dreh. Ich wüsste, dass es ein bisschen länger dauert jetzt aktuell. Wie gesagt, ab in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Wie immer auch gerne kostenlos Like und Abdecken lassen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig und richtig. Bisschen dieser leichte Weg zu den 10.000, sind noch ein paar weg, aber der leichte Weg dahin ist ja schon eingetreten. Aber danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.